Sackgasse, ne doch nicht oder? Ne, es geht noch weiter. Ich komme euch hinterher. Boah ist das eine quetschige Angelegenheit hier. Boah, im Wille fährt es echt nicht zu mich. Boah, viel zu eng. Leider keine Kletterausrüstung. Bei deiner Größe? Ja. Leider keine Kletterausrüstung. Wie viele Wege gibt es hier, what the hell? Es ist eine große Höhle scheinbar, ja. Wir müssen auch gleich ganz zurück gehen, auf jeden Fall noch einmal. Oh, hier kann man sich wieder quetschen. Ich quetsche mich durch. Quetschi, quetschi. HAAH! Fledermaus! Hier ist ein Ausgang, ich bin draußen. Hier ist ein Ausgang. Oh, nice. Geil. Warte, wo sind wir hier? Hier waren wir schon mal drin in der Höhle. Okay, Möpfe, zurück in die Höhle, da sind keine Wahlen. Zurück, zurück, zurück. Okay, 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 okay. Kassi geht dann nicht raus. Boah, leck. Ich glaube, es gibt in der Höhle die Kletterausrüstung, was. Ich hab ein gutes Gefühl. Jetzt wieder? Hilfst du mal angucken. Wo? Ach, da. Genau hier. Oh, ja. Was? Ich hab ein gutes Gefühl. Ach, schon wieder so eine schöne Zeichnung, Alarm, Alarm, Alarm Möpi. So, hier geht's, mal hier, hier geht's, hier geht's rum, oder? Nein? Ja, warte doch, Passi, warte doch bitte auf uns. Wenn du uns sagst, hier geht's, dann bringt uns das nichts. So, ja, gehen. Ich mach mir nur kurz ne Fackel an, weil kalt und so. Ja, wir, wir sind hier am... Bist du schon getaucht, ob da was unten ist? Hm, nein. Ah, das ist nicht so tief, glaub ich. Der ist nicht so tief. Okay, gut. Ist nicht so tief. Ja, aber hatte ich jetzt drauf geachtet, deswegen. Also, wir kommen auf jeden Fall raus. Wir haben uns nicht gesoftlockt. Das heißt, wir können bei Gelegenheit auch... Widerspeichern. Wie? Widerspeichern. Alles Gute, renn dich? Ich weiß renn dich nicht. Widerspeichern. Möchtest du nicht im Rauch verhoben? Als Nichtraucher man kennst. Ja. Wär mal kurz sterben. Möchtest du nicht sterben? Ich hab ja auch nur geblaschen. Haaaah! Hab ich mich erschrocken! Dann hab ich mein Speer weggeworfen. Haaaah! Hab ich mich erschrocken! wenn ihr den Speer findet, dann ist es meiner, ne? Ich schmeißen Molly auf Mutanten. Ja. Ja. Mal lässt du gut, pass hier mal in Ruhe. Den blöden... Ich spaw spame mal wieder den Mutanten, wie man es von mir kennt. Bei den normalen, bei den normalen, bei den normalen. Mach mal wieder den Mutanten, der ist tot, oder? Nein, Moment, Moment, der ist nicht tot. Pasi, er ist nicht tot, nein, der ist nicht tot. Achtung, der normalen ist zu haben, ne? Fliege. Ich hol dich hoch. Ich hol, ne. Können wir durch den normalen? Ich hol Pasi hoch, ich hol Pasi hoch. Ich hab Pasi hochgeholt. Oh, leck, leck, leck. Leck. Leck vorbei. Der haut ab vor mir, der hat Angst. Ich hab halt momentan mein Sperr nicht, ist die Sache. Den hab ich halt aus Versehen weggebrochen. Ach so, na gut. Ganz neubauen was, essen sie jetzt nicht so schnell zu bauen. Aber hier ist sonst keiner mehr. Ich seh deinen Sperr leider auch nicht. Der hab hier irgendwo hinten in die Wand gehauen. Oh mein Gott. Irgendwo hier... Ich hab nichts mehr zu essen, ne? Dann hack den Gliedmaßen ab. Stimmt. Wie konnte man nochmal den Sperr bauen? Erstmal Stöcker zusammen, Bastian. Stöcker zusammen, Bastian. Wie, was, ja? Zwei Stöcker zusammen? Ja, das geht nicht. Hä? Hast du schon schwer und noch einen schwachen? Hier geht's runter. Ah, stimmt. Ich hab einen schwachen schwer, ja. Ja, und da machst du dann, ähm, Knochen und ein Seil dran. Also hier geht's auf jeden Fall noch weiter. Ja, der Knochen und ein Stoff. Ja, der Stoff, ja. So, ich bin Blut überströmt und muss mich ganz kurz, äh, mich wieder abborden. Ich weiß noch nicht wo. In der Höhle ist das doch egal. Hier ist so ein komischer Typ. Nee, die Infektion. Hm. Komischer Typ, sieh. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Wollen wir erst nach unten oder wollen wir hier diesen Weg weitergehen auf dieser Ebene? Ich würd sagen, wir bleiben erst mal auf dieser Ebene. Okay. Runter können wir immer wieder. Hier bin ich. Oh. Wir proben, wenn ich ein bisschen Feuer machen könnte, dass ich fest, dass ich was zu essen braten kann. Wie sieht's denn mit deinem Hunger denn aus? Alp. Alp geht ja noch. Sag Bescheid, wenn's anfängt weh zu tun. Oh, hier waren wir noch nicht. Ich glaub, wir haben... Hier ist auf jeden Fall Lagerfeuer. Geld, Geld, Geld! Hier ist Medizin, was zu essen. Hier ist was zu essen, ja. Und viele Armbanduhren. Und noch mehr zu essen. Ja. Okay, ich bin zufrieden. Gut, ich hab so das... Geld, 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 Geld. Geld, 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 Geld. Ihr habt was besseres als Geld! Ihr habt was besseres als Geld! Was denn? Ich hab'n fucking Katana! Wo hast du einen Katana her? Hier hat er in dem Typen gesteckt einen Katana drin. Ja, kann ich verstehen, Lucy, kann ich verstehen. Alter, ich hab einen Katana. Ich hab schon gedacht, Hassi hat die Kletterausrüstung gefunden. Nein, ich hab einen Katana. Ja, ich hab jetzt auch kurz, wo ist der KW? Ich möchte das natürlich auch haben. Da ist ein Typen drin. Wo in dem Typen drin? Da ist bei mir kein Katana. Hey, der steckt hier in der Seite drin bei dem. Was? Nein. Verarschen kannst du mich selber. Nein, woher soll ich es sonst haben? Hä? Das ist halt bei mir hier in einem Typen drin gesteckt von hier. Vielleicht ist das so ein Item, was nur einer haben kann. Kann so gut sein. Katana ist sowieso am besten in Passis Händen. Ja. Allerdings. Wir denken jetzt noch weiter. Ja, dann lass uns weitergehen, würde ich sagen, ne? Nö, ich glaub, das hier ist Sackgasse, ne? Sieht so aus. Na, warte. Anscheinend hast du schon eingesammelt im Inventar ganz linkens. Oh ja, ich hab's Katana schon eingesammelt, ohne es zu merken. Ich hab's auch eingesammelt, ohne es zu merken. Gut, okay. Ist das hier ein neuer Weg oder ein alter? Ist gar kein Weg. Ist gar kein Weg. Also alleine, weil Passi schon so gelacht hat, würde ihm das Katana nicht anvertrauen. Äh, das ist was dran. Oh gut, okay, dann lass uns da. Ja, ist gut Passi. Ist gut. Katana. Ja, ist gut Passi. Nicht vergessen, dass wir... Warte, sind wir hier durchgegangen? Wo? Hier. Wo? Oh, hier ist nix. Okay. Oh, nix. Da war das hier wohl ne Sackgasse. Vielleicht haben wir da runter, wo Möppi gesagt hat, ne? Ja, wahrscheinlich. Also wir am besten. Einmal umgedreht und hast ein Katana im Rücken. Also wenn wir Timmy gefunden haben, ich glaub, da kann niemand für unsere Sicherheit garantieren sagen, Passi da ist. Ich bleib einfach in der Höhle. Ich bleib auf der Insel. Das ist das Schmetzeln, alles mit Möppi und Katana. Wer soll dich dann aufheben, wenn ich's nicht machen kann? Nee, nee, dann brauch ich mich keiner mehr aufheben. Dann kann ich schmetzeln. Ich geb Passi fünf Tage. Also wir haben die Zeit. Tschüss. Oh, ist nicht viel. Ich wollte gerade sagen, das hat sich jetzt nicht so gelohnt, aber... Oh, hier sind zwei Sachen zum Angucken. Jop. Nochmal eine Zeichnung. Und wir sind zu Hause. Wir haben alle, wir haben alle, wir haben das Spielzeug fertig. Ja, erstmal gucken wir die zweite, die, 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 die Zeichnung an. Und ich hab das Spielzeug. Das Spielzeug hab ich jetzt auch. Das heißt, wir können Spiel Passi. Lass erst mal hinsetzen. Gut. Ja, aber... Cool. Gut, Vater. Errungenschaft freigeschaltet. Warum mal Errungenschaft freigeschaltet? Wenn du das ganze Spielzeug zusammenbaust. Ach, muss man das kombinieren dann noch? Naja. Ok, das hab ich noch nicht gemacht Nein, man kann an dem Spielzeug schlagen Man kann das Spielzeug mit noch mehr Sachen Man kann das Spielzeug mit noch mehr Sachen ähm, kombinieren scheinbar Ne, kann man nicht Doch kann man, Lul Doch kann man ja Man kann dem Spielzeug mit dem Spielzeug kombinieren Kann man mir einfach euch dem Spielzeug geben und gucken was es gibt? Nein Mein Spielzeug Nein, ich bin... Hier geht's raus Wo geht's raus? Geht ihr raus? Geht ihr nicht wieder hoch? Ich geh hoch, da geht's raus Aber hey, dann haben wir noch einen schönen Eingang Warte, wo? Den möchte ich auf der Karte haben Wahrscheinlich im Südosten Ah egal, ich geh jetzt hoch ist egal Ich komm jetzt zu euch Hab ich ihn halt nicht Ich geh auch grad hoch Hm Ja, reche, wenn ich weiß, dass er da ist Jetzt kommt's irgendwann im Norden Irgendwann im Schneegebiet Das glaub ich nicht Dafür sind wir im falschen Ecken der Karte Ich wollt grad sagen Dafür ist die Höhle zu weit im Süden Oh, hier sind wir super oft dran vorbeigerannt What the hell Wir klettern grad den Ausgang hoch Ja? Ich kann sogar von hier aus fast unser Lager sehen Ich will nicht sagen Ich will nicht sagen, aber das ist halt schon irgendwie traurig Fugelfinger, Möppi Leaaack Ne, ne Ja Aber dabei bist du doch unser Vogelfinger, Bass Ich weiß nicht ob ich unten bin inzwischen Ich bin unten Da hast du so'n Katana Ja, genau deswegen ja Das ist ja der Witz an der Seite Besonders interessant finde ich ja Dass der Char das Katana mit einer Hand hält Ja, Lucy, dass du das nicht verstehen kannst Das glaub ich dir sofort Stimmt, hier waren wir schon lange gegangen, oder? Ja, wir sind ja gekommen Also Ja, das ist gut, wenn wir von hier her gekommen sind Ne, warte, was war hier? Hier unten war das Katana, okay, und hier hatten wir alles erkundet soweit, alles klar Aber es gab auf jeden Fall noch Gänge, die wir nicht gegangen sind, das weiß ich Die Frage ist nur, wo sind die? Sind die? Sind die? Mhm Warum bist du wieder zurück? Ich bin zurückgegangen Ich bin verwirrt Ich bin verwirrt, von welchem zurück reden wir jetzt? Zurück zu dem neuen Ausgang, oder zu dem zurück von dem alten Eingang, wo wir ganz reingegangen sind? Ich würde halt tendenziell wieder zurück zu unserem alten Eingang gehen Ja genau, weil das war Da haben wir noch nicht alles gesehen Ja genau, weil das war nämlich auch mein Gedanke Und deswegen wollte ich jetzt wissen, von welchem zurück wir reden Die Höhlenkarte ist halt nicht wirklich so aufschlussreich Ich finde die ist sauaufschlussreich Ich finde die ist sauaufschlussreich, tatsache eigentlich Ich finde die sagt ziemlich viel über die Höhlen aus So, gab's hier noch, gab's hier irgendeine Weggabung? Ne, hier gab's glaub ich nur den einen Weg, oder? Ja, gut möglich, dass das alles da ist, was wir suchen, wo wir noch nicht gewesen sind, ja Hm Äh Mich triggert, dass wir jetzt so viel schon gefunden haben, ne Aber nicht die verdammte Kletterausch Wir haben jetzt halt alles Also wirklich alles gefunden, außer diese verdammte Kletterausch Aber diese Kletterausch Die wir jetzt auch schon seit 3 Streams oder so Die wir die letzten 3 Streams schon gesucht haben oder so, ne Die finden wir nicht Können wir die von dem Typen-Mob sind, der hier rumgehangen hat oder so Geht das? Ich hab keine Ahnung Weil hier war doch einer mit Oh, wir sind am Ausgang Ja, okay, ne Dann sind wir ein bisschen zu Bisschen in die Verteidigung, quasi das Ausgang Ich guck kurz mal, welcher Ausgang das hier ist Hm? Ach, Fledermäuse, ich hasse das Ach, das war der Das war der eine Ausgang, den wir gefunden haben, aus dem wir uns rausgequetscht haben Der Zwischenausgang Leck Ich wollt grad sagen, Bart, leck So, dann gucken wir hier mal weiter Oder waren wir jetzt hier dann schon? Ich hab doch keine Ahnung Ich auch nicht Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon mit den Koffern Ja, hier waren wir schon mit den Koffern Das heißt, hier irgendwo hängt auch die Koffer ab Naja Das hier dürfte dann eigentlich auf jeden Fall die richtige Richtung sein So, hier geht's auch noch weiter Ja, stimmt, hier waren wir nicht lang gegangen, glaube ich Wenn ich richtig im Kopf hab Ich meine, wir sind nicht nach unten links gegangen, nee Lass uns mal nach unten links gehen Und jetzt kommst du, wir finden Timmy aus Versehen Hm, ist hier durchgespielt, hätt? Moment Wir wollten doch im Loch noch Hier kann man sprengen Glaub ich Nee, hier kann man das durchquetschen Nee, hier kann man das durchquetschen Oh, leck Aber hier ist ein Ausgang Das ist Oder? Wir sind im Loch Ja Wir sind im Loch Wir sind im Loch Und nur weiter oben Tatsache, ja Huh Warte mal, das heißt Da drüben Gibt's auch noch wo Ausgang Da wird auch noch ein Ausgang sein Was ist in den Kisten drin? Dynamit Weit was? Da ist Dynamit drin Jo Bisschen Dynamit Ich habe nur 5 Stück Man kann die nicht tragen Boah, leckt das gerade Jetzt leckt's noch mehr, weil ich auch noch komm 3F Hier sollst du mal gucken Das war so 3FPS gerade bei mir hier Stimmt, jetzt sollst du mal gucken Das Loch Warte, wo seid ihr? Das Loch Hallo Warte, wo ist was? Ah, da Da So eine Zeichnung From the From the big hole Das Witzige ist, dass wir diese ganzen Areale des Lochs nicht gefunden haben, weil wir die Kletterausrüstung nicht haben Aber wir haben es hinbekommen, unten im Loch zu landen Okay Ich glaub wir machen Ich glaub wir brechen Also wir Hauen das Spiel kurz und klein, ohne es zu wollen Pass die andere Richtung Nein, von da sind wir doch gekommen Wir müssen wieder weiter Stimmt, stimmt Stimmt, stimmt Wird nicht ganz gefühlt Moment mal ein bisschen So, jetzt ist Jetzt ist halt die Frage, wo ist hier der Weg, den wir noch nicht gegangen sind Sind wir hier hochgegangen? Hier links Hier links Hier links Links sind wir nicht langgegangen? Ich glaub schon Wir haben doch gesagt, wir wollten noch nicht runtergehen Na aber halt, let's go Weeee Aber gehen wir nicht da runter, wo ich gesagt hab, dass wir runtergehen Weiß ich, du ziehst dreimal, ne? Städchen zieht dreimal, als es sein abreißt Nachdem das sein abgerissen ist Hier wollen wir nicht durchquetschen Oh cool Da queschen wir uns doch direkt durch Und sind wieder im Loch Nein Nix Ihr könnt mir aber rauskommen Glaub ich Ne, wir sind viel zu tief dafür Das war ja auch noch einiges tiefer Mit Anker Ich spieg auch mal kurz meine Tochtlampe wieder an Das ist so true 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 Zelt sind doch immer ein gutes Zeichen Moment mal waren wir schon? Nein, hier waren wir noch nicht